Liebe Aufrufer, jetzt bin ich auf der Wahlparty der Piraten. Wir sind kurz vor 18 Uhr. Ich habe den Anzug gewechselt, das Hemd und weil die Piraten mich dazu zwingen, wieder eine Krawatte um. Das lieben sie so sehr. Und ich habe jetzt hier ein paar Minuten Stimmung, will keine schweren Sachen transportieren. Nur nochmal sagen, wir haben ja in dem Sinne wirklich eine ganz besondere Wahl, denn Nordrhein-Westfalen wählt Volksabstimmung quasi für ganz Deutschland. Und eigentlich für die Europäische Union. Denn dahinter steckt, wenn die schwarz-gelbe Koalition in Düsseldorf kippt, dann sieht der Absprung von Frau Merkel zur großen Koalition in Berlin sehr realistisch aus. Das kann sein, wir haben in den nächsten zwei, drei Wochen vielleicht keine Bundestagsneuwahl, aber wir haben aufgrund des vorhandenen Bundestages vielleicht eine neue Koalition. Denn Frau Merkel hat sich ihre schwarz-gelbe Koalition ja anders vorgestellt, als dass die FDP unmittelbar nach den Koalitionsverhandlungen sofort in den Wahlkampf einfällt. Und kämpft gegen die Koalitionspartner in Berlin. Das scheint jetzt aus Sicht von Frau Merkel und auch von Herrn Steinmeier netter auszusehen, wenn sie große Koalition machen. So, für mich als Pirat ist das der größte Mist, denn ich war der Meinung, dass die Bundestagswahl am 27. September eine Auflösung der Kriegspolitik, der Schuldenpolitik und der Lügen hätte bringen sollen. Und das hat es bis jetzt nicht gebracht, wie wir am Kundusausschuss ja sehen können. Die SPD stellt nicht die richtigen Fragen. Wenn die also wieder in der Großen Koalition sind, stellen sie die Fragen erst recht nicht. Gut, ich will mal nicht hier nur reinbrüllen, sondern ein bisschen hier rumleiten. Das ist hier das Kolpinghaus in Düsseldorf. Und ich gehe mal hier in die Ecke der Eingangstür, dass man das mal sehen kann. Da ist ein Bildschirm und Fernsehen und dann kommentiert das jemand hier. Die Piraten haben das auch ein bisschen dekoriert. So, da sind einige Piraten, die online sind mit ihren Geräten und die Internetkommunikation aufrechterhalten, vom Twitter bis sonst was. Ich stelle die jetzt nicht einzeln vor. Es sind sehr, sehr viele Listenkandidaten für die Landtagswahl von Nordrhein-Westfalen hier, die jetzt auch spekulieren, was kommt. Wir werden Ihnen die Prognose präsentieren, auch bei dieser Seite der Ecke der Ecke der Demoskopen von Infratest-Diemann. Wenn Sie sich immer gefragt haben, wie das eigentlich möglich ist, hier kommt die Antwort. Ein Blick, geht an die Zulettung. Also das ist doch total intelligent hier, das elektronische Bild über das elektronische Gerät. Da kann man sich noch einen Spiegel davor halten, damit es ein bisschen komplizierter wird. Also hier empfangen wir jetzt die aktuellen Informationen vom Westdeutschen Rundfunk Fernsehen. Dann ist hier sozusagen die Kandidaten- und Ehrenplätze in der Auswahl und es werden immer mehr. 17.56 Uhr, in vier Minuten gibt es also die ersten mutmaßlichen Zahlen. Also unser Bild zeigt die Apo-Piraten, vielleicht ist es in fünf Minuten was anderes. Man kann das sehen. Und wir bereiten dann die TV-Grafiken vor, die um 18 Uhr gesendet werden. Und wir bereiten dann für mich... Oh, Grüfler. Hallo. Das freut mich. Ich muss jetzt gerade hier das machen. Ja, es läuft. Wir stehen in engem Kontakt mit den Moderatoren und stellen so sicher, dass die Prognose pünktlich um 18 Uhr auf dem Bildschirm erscheint. Ja, es gibt jetzt die Prognose in bis noch ein paar Minuten. Wir kommen jetzt zur ersten, ich mache wieder Frage jetzt abends zur Wahlbeteiligung. Jetzt. Ein Hinweis auf die Wahlbeteiligung, die gab es schon durch ein paar Minuten, aber auch nicht groß war das Interesse im Vergleich zur Landtag-Greiswahl N10. Und da sehen wir uns, dass diesmal 66% gesagt haben, der Anfangsstandsinteresse an der Landtagswahl 2005 war bisher in 71%. Wir sehen also, das Interesse war geringer als im Jahr. Und das steht auch wieder in der Wahlbeteiligung. Nach allen Daten, die ihn vertestiert haben, bis zu dieser Minute zur Verfügung hat, gehen wir von einer Wahlbeteiligung von 59% aus. Im Jahr 2005 waren es 63%. Das ist noch eine Vorhersage, die der Wahlbeteiligung hat. Aus Piratensicht hätten es noch weniger sein können. Die Wahlbeteiligung, also rüber, denke ich, das ist noch weniger sein können. In der Wahlbeteiligung, also rüber, denke ich, das ist noch weniger sein können. Ich gebe direkt weiter an Martin Jörak, unseren WDR-A-Experten. Es war von einer Schicksalswahl, einer Richtung, vor der kleinen Bundestagswahl. Die Rede war um die Beteiligung des Beteiligungsrechtsregionsrechts. So, jetzt noch eine Minute, bis die hier Zahlen sagen, die aber noch nicht verbindlich sind. Das kann man so sagen. Und es muss nicht mehr so sagen, wir haben auch Gegensatzpekte gehabt. Beispielsweise, weil die Beteiligung es dann schwerer hatte, als die Grünen. Hansi Manuel, im Vordergrund, unser Christenkandidat Nummer 2, unser Pfarrer Hansi Manuel Herber, ist hier noch wenige Sekunden. Hallo, sagen Sie Grüße. Irgendwann spendieren wir dir doch mal eine Tragwarte-Kamera. Ja, eine Sklavin. Die CDU kommt auf 34,5 Prozent. Okay, schönen Dank. Wir raten unter anderem.